Willkommen im Grundfos Labor. Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Geräuschbildung in der Anlage zu hoher Energieverbrauch. Kennen Sie diese Probleme aus Ihrem Arbeitsalltag? Unzureichende Inbetriebnahmen können zu einem 20% höheren Energieverbrauch und schlechtem Komfort für Ihre Kunden führen. Sehen wir uns an, wie man Heizungsanlagen in Betrieb nimmt, sodass Ihre Kunden von optimalem Komfort und niedrigeren Energieabrechnungen profitieren. 82% aller Heizungsanlagen sind nicht hydraulisch abgeglichen. Der hydraulische Abgleich ist ein wesentlicher Teil der Inbetriebnahme. Ungleichmäßige Wärmeverteilung kommt von Druckverlusten in den Rohrleitungen und falsch eingestellten Heizkörperventilen. Das Abgleichen einer Heizungsanlage kann aufwendig erscheinen, da es Zeit und das richtige Werkzeug erfordert. Vielleicht erfolgt auch deshalb der Abgleich oft durch Ausprobieren oder Nachschlagen von Ventileinstellungen in allgemeinen Tabellen. Verfügt die Heizungsanlage über die richtigen Komponenten, sind die Tools für den Abgleich direkt eingebaut und sie können über Apps wie Grundfors GoBalance gesteuert werden. Der Abgleich wird so einfacher denn je. GoBalance ist mit verschiedenen Heizungsanlagen kompatibel, mit Kesseln, Wärme- oder Umwälzpumpen. Die App führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Sie ist beinahe für alle Heizungsanlagen verfügbar. Zur Veranschaulichung haben unsere Experten eine Heizungsanlage gebaut. Jeder dieser Heizkörper ist für eine andere Raumgröße ausgelegt und erfordert einen anderen Durchfluss. Mit GoBalance kann ich die Heizungsanlage basierend auf Echtzeit-Durchflussdaten abgleichen, da die optimalen Einstellungen für die voreinstellbaren Ventile in der Heizkörper-, Fußbodenheizungs- oder Kesselanlage automatisch berechnet werden. Beginnen wir mit der Inbetriebnahme im größten Raum. Während ich das Ventil einstelle, zeigt mir die App, wann ich den optimalen Durchfluss erreiche und welche Einstellung korrekt ist. Das sehen Sie auch in unserer Demo-Anzeige. Genauso können wir auch in dem mittelgroßen und dem kleinsten Raum vorgehen. Mit dem fachgerechten hydraulischen Abgleich erhalten Ihre Kunden leise Anlagen und gleichmäßige Temperaturen in Ihrem ganzen Zuhause. Und Sie können den Energieverbrauch um bis zu 20% senken. Ihre Kunden sind glücklich und niemand ruft Sie nachts wegen fehlerhafter Heizungsanlagen an. Bis zum nächsten Mal im Grundfosslabor.